Ich hatte euch vor dem Wochenende einen Trade vorgeschlagen, zumindest mal haben wir es angesprochen, schon im Video, beziehungsweise dann ja auch nochmal ein bisschen intensiver angegangen, nämlich Nasdaq Short. Dafür brauchten wir ein paar Bedingungen. Eine Bedingung war, dass der Kurs in diese blaue Kiste reinläuft. Das haben wir so halbwegs noch miterlebt, denn er ist ja so in diese Richtung hier gelaufen, hier 11.500, 550, 600, sowas in der Richtung. Das war so halbwegs die Erwartung und ich habe die Zeichnung extra noch mal gelassen. Hier noch mal der Trendkanal, die steigenden Hochs, die steigenden Tiefs und ihr erinnert euch, die Unterseite, das ist ganz wichtig, die Trigger. So, meine Erwartungshaltung war, wenn er hier irgendwo dreht, das muss nicht pünktlich sein, dann durch diese Marken durchfällt, dann Short. So, das hat er nicht gemacht. Insofern ist meine Short-Idee, ja, hat sich in Luft aufgelöst, je höher das Ganze geht. Dabei ist eins interessant, wenn wir diese Kiste verlassen, wird es weniger wahrscheinlich. Spätestens, wenn wir die 78.6er Marke erreichen, ist es relativ typisch, dass wir dann auch dieses Hoch nochmal überschreiten. Das haben wir jetzt in den letzten Minuten, kann man fast sagen, tatsächlich erreicht, also diese neue Hochmarke. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich gesagt habe, wenn er hier dreht, dann geht es hier Short. Wenn er das nicht tut, werde ich euch eines Tages erzählen, dass das ein wunderschöner Anstieg, eine schöne Korrektur ist, schöner Anstieg, wahrscheinlich hier wieder Korrektur und schöner Anstieg. Und wenn ich das mal hier zur Seite, das habe ich gemeint, seht ihr ungefähr, worauf ich hinaus will, ich schiebe es mal so ein bisschen hin und her, das ist ein impulsives Verhalten. Warum ist es impulsiv? Weil die beiden Korrekturen, das Ding hier, das Ding hier, nicht überschneidend sind. Ihr seht, da ist ein großer Unterschied, also die sind hier völlig voneinander getrennt, also nicht korrektiv. Also nochmal Haupttrendrichtung und das ist eher ein bullisches Zeichen. Das klingt nach Fähnchen im Wind und es ist ein Fähnchen im Wind. Als Trader versucht man sich nicht irgendwie zu versteifen auf irgendwas, ich sehe es aber so, sondern reagiert man auf das, was die Marktteilnehmer machen. Und das ist eben zu schauen, brechen sie relevante Entscheidungsmarken, die dann zum Beispiel den Short triggern. Wenn sie es wie hier nicht gemacht haben, dann gibt es auch keine Chance Short zu gehen und dann hier auf der falschen Seite sozusagen Geld zu verlieren. Naja, keine Chance ist immer so eine Sache. Ich kann euch garantieren, man liegt trotzdem immer nochmal regelmäßig falsch. Aber die Anzahl der negativen Trades reduziert sich auf diese Art und Weise sehr, weil man ja immer nochmal einen, nicht unbedingt Beweis, aber einen deutlichen Hinweis hat, dass der Markt auch dreht. Das ist der Sinn dieser Triggermarken, die ich immer wieder erwähne. So, diese Idee ist also inzwischen hinfällig. So schön die Idee war, als es noch nicht so weit nach oben fortgeschritten war für die, die es jetzt verpasst haben. Ungefähr hier haben wir gesagt, wenn er jetzt hier da unten durchstößt, dann gehe ich Short. Wenn er nach oben durchläuft, dann nicht mehr. Und innerhalb dieser Zone wäre es vielleicht noch okay gewesen. Die Chance-Risiko-Verhältnisse wären nicht so schön. Aber spätestens, wenn er dann da oben irgendwo durchgeht, dann canceln wir das Ganze und sagen, was interessiert uns das Geschwätz von gestern? Kostet uns nichts, wenn wir jetzt unsere Short-Idee einfach begraben. So, Long-Idee. Wäre eine Long-Idee sinnvoll gewesen? Naja, wenn dann sowieso nur hier. Das ist natürlich das analoge Bild. Aber das Video damals, das war schon ein bisschen später. Da waren wir schon irgendwo hier oben. So halbwegs. Also Long-Ideen gibt es da natürlich entsprechend auch. Naja, dann jetzt noch Long gehen. Das finde ich wiederum nicht gut. Denn dieses Verhaltensmuster, was ich eben mal hier so angedeutet habe, dieses Fünffällige, das ist häufig so ein kompletter, naja, sagen wir mal so ein kleinerer, kompletter Zyklus. Und anschließend müsste es dann eine Korrektur geben. Das können wir jetzt mal gedanklich durchspielen. Wie sieht so eine Korrektur aus? Naja, eigentlich genau das, was wir vorher gesagt hatten mit der starken Abwärtsseite und der möglichen Korrektur in die Aufwärtsrichtung und der Wartungshaltung nach unten. Jetzt aber in die andere Richtung, starke Aufwärtsseite, mögliche Korrektur hier in irgendeine Zone. Die werden wir gleich nochmal messen, um dann aufwärts zu gehen, wenn er diese Korrektur beendet. Und ein Indiz für das Korrekturende ist, wenn er diese Zwischenhochs eben durchstößt. Das heißt, in diesem Moment finde ich einen Einstieg total unattraktiv. Natürlich kann der Kurs hier noch weiter klettern. Das will ich gar nicht mal sagen, dass das nicht passiert. Aber Chance, Risikorelation, was ist das? Naja, wie viel muss ich riskieren? Wo setze ich den Stopp und wo ist mein Target? Ja, wo ist das Target? Ja, keine Ahnung. Das weiß man für die dritte Welle, vielleicht auch noch für die fünfte Welle. Aber wir sind schon sehr weit gelaufen. Also aus meiner Sicht ist alles, was drüber hinausgeht, jetzt nicht mehr wirklich ein kalkulierbares Ziel in dem Sinne, bevor nicht diese Korrektur hier entsprechend kommt. Deshalb warte ich lieber auf diese Korrektur. Wo müsste die landen? Dafür messen wir vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt. Im Moment ist das der. Das kann sich aber natürlich in den nächsten Minuten nochmal ändern. Oh Gott, ich muss ihn auch treffen hier. Wenn der jetzt noch weiter klettert, dann macht er die gleiche Zeichnung nochmal, aber von diesem Tiefpunkt bis zu dem dann jeweiligen hoch. Und das Ziel für die Korrektur ist diese Ecke. Ne, das meine ich nicht. Diese Ecke in etwa. Also wieder diese blaue Kiste, so um die 38, 20, 50, 61, 8. Das ist also analog anzusehen. Wenn ihr jetzt sagt, naja, aber wenn ich das hier noch nicht weiß, dann weiß ich ja nicht genau, wo ich dann jetzt hier den Short... Ich gehe diesen Short überhaupt nicht an. Denn das ist eine Korrektur und Korrekturen per se handele ich nicht. Denn Korrekturen sind die schwache Richtung in die falsche Richtung. Oder die schwache Bewegung in die falsche Richtung. Das ist nicht so sehr sinnvoll. Teile der Korrekturen allerdings durchaus. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn das im Kleinen vielleicht heute Nachmittag so aussieht, hätte ich hier sogar nochmal eine Short-Idee für diese Geschichte. Das heißt, mein Ziel ist es, nicht hier irgendwo einzusteigen mit zähl hier, weil ich diesen Punkt ganz schlecht bestimmen kann. Aber hier wiederum den Trigger. Gleiche Logik, nur wieder auf der kleineren Ebene, in dem Fall abwärts, zwischentief, für nochmal einen Zwischenshort. Gleiche Länge vorne, da hinten nochmal. Das geht natürlich. Und dann hat man hier nochmal einen Zwischenshort. Leider kann ich euch das jetzt noch nicht zeigen. Dann müsste ich euch irgendwann später nochmal ein Video schicken. Und diese Videos sind ja klassischerweise als Index-Update immer so am Nachmittag nach der Eröffnung, dass man so ein bisschen weiß, was die Amerikaner noch gemacht haben. Und aktuell in dieser Sekunde ist da relativ wenig zu sehen. Wer jetzt unbedingt noch long gehen will, der sollte aus meiner Sicht zumindest nochmal abwarten, dass hier irgendwie was Korrektives passiert. Dann kann man ja sagen, du Rüdiger, da geht doch noch was, denn das ist doch wieder schwach. Oder, ja völlig richtig, wenn das schwach ist, also Kursüberschneidung hat, dreiwellig wäre eine Alternative zwischen hoch, dann die Brüche nach oben für die Longseite. Das wäre so ein entsprechender Klassiker. Na gut, also so haben wir ungefähr eine Idee, worauf das Ganze hinausläuft. Und die Idee ist vorläufig die Aufwärtsrichtung, vorläufig, solange es korrektiv nach unten geht. Und damit ist die nächste wichtige Bedingung gesetzt, wenn er natürlich steil runter geht, ja, dann ist natürlich mit einer nächsten Korrektur die Abwärtsseite wieder dran. Und wer jetzt sagt, das muss ich doch vorher wissen. Warum? Ja, weil ich doch long bin. Ja, aber dafür arbeiten wir mit Stops. Natürlich sind diese Stops hier zu weit, ihr seht, das macht keinen Sinn. Diese Stops sind eigentlich viel zu weit für das große Bild. Also für das große Bild vielleicht schon, aber dann müsst ihr akzeptieren, dass er halt hier erst rausgeht. Also wenn das große Bild so gelegentlich mal aktiv sein müsste, ist das zum Beispiel ganz okay, dass man sagt, na gut, wenn es eine kleine Korrektur ist, warte ich sie ab. Die überlebe ich dann ja auch. Nur wenn es eine große ist, fliege ich dann hier halt raus. Das werdet ihr vorher nicht rausfinden. Wenn ihr sagt, so weit will ich aber nicht stoppen, dann müsst ihr auf eine kleinere Zeitebene gehen und sagen, okay, vielleicht kriege ich hier dann einen Stopp, der viel enger ist. Also dieser Stopp, der jetzt hier ist, der läge dann ungefähr jetzt auf diesem Niveau. Und somit würdet ihr kleinere Rücksetzer überleben. Und wenn dann der große kommt, fliegt ihr raus, nehmt eure Gewinne mit und dann ist wieder alles gut. So, ich hoffe, dass das so ein bisschen hilfreich ist. Ich weiß, da tut man sich häufig schwer und sagt sich, ja, aber ich möchte doch vorher wissen, was passiert. Das möchte ich auch. Ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen auf der Welt, die das vorher wissen wollen. Das ist leider nicht die Aufgabe eines Traders. Das gehört in den Bereich Wahrsagerei oder manche sagen auch Kaffeesatzleserei. Für uns als Händler ist das Entscheidende, dass ich es so gestalte, dass diese Ungewissheit, die ich hier habe, für mich tendenziell positiv ist. Also ihr seht schon, es geht nicht darum, ich weiß eh, was hier als nächstes passiert, sondern, naja, das und das sind die Varianten. Typisch ist jetzt statistisch gesehen dieses oder jenes Verlaufsmuster. Dann müsste ich jetzt so agieren, damit ich im Durchschnitt vorteilhaft bin. Das klingt alles ziemlich doof, ist aber ziemlich genau die Arbeit eines Händlers. Denn es geht nicht darum, zu wissen, was der Markt als nächstes tut, sondern um sich darauf vorzubereiten, was immer der Markt tut. Schlecht wird es für mich nicht laufen. Vielleicht nicht gut, nicht optimal, vielleicht gibt es einen Zwischenverlust. Aber es ist in einer Größenordnung, die nicht tragisch ist, damit ich bei der nächsten starken Bewegung wieder mit dabei bin. Ihr seht, beim S&P haben wir das ähnliche Bild, allerdings die Vermutung, dass wir hier dieses Hoch noch zu erreichen haben. Denn wir haben die 78,6er gesehen und deshalb vermute ich, wissen tue ich das auch nicht, aber von der Statistik her ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir damit auch diese Hochs hier nochmal angreifen, sprich 4035 oder 36 von mir aus irgendwie nochmal sehen werden. Das sind jetzt die Future-Kurse, S&P 500 Future-Kurse. Dass wir die nochmal toppen, ist relativ realistisch. Also für all diejenigen, die jetzt im kleineren Bild gucken, möglicherweise, wie auch immer jetzt hier nochmal das korrektivmäßig ist, aber nochmal ein Stückchen nach oben. Und wann immer ihr hier auf diesem Weg nach oben Bewegungen habt, die korrektiv, also entweder dreiwellig sind oder irgendwie mit Kursüberschneidung sind, könnt ihr davon ausgehen, das ist die falsche Richtung und das ist die richtige Richtung. Ich mache das nochmal groß, damit ihr diese Details seht. Von hier nach da. Gehen wir es mal einmal durch, weil viele sagen, ja, ich sehe das immer nicht. Gut, ich finde das jetzt nicht so problematisch. Nehmen wir mal diesen Punkt hier. So, und jetzt haben wir eine Aufwärtsbewegung. So, jetzt machen wir mal erstmal bis... Es geht mir nicht darum, ob ihr jede dieser Bewegungen handelt, aber wir haben eine Aufwärtsbewegung und wir haben offensichtlich eine Abwärtsbewegung. Welche findet ihr die stärkere und welche ist die wahrscheinlich korrektive? Abwärts sieht definitiv korrektiv aus im Verhältnis zu dieser Aufwärtsbewegung. Das ist jetzt im ganz kurzfristigen Chart. Das Prinzip funktioniert aber auf allen Zeitebenen. So, ihr habt es gehandelt oder habt es nicht gehandelt. Ob man jetzt hier unbedingt long gegangen wäre, das wäre jetzt ja eine Möglichkeit gewesen. So, hier inzwischen hoch raussuchen und dann long gehen. Aber touche, lassen wir das mal bestehen. So, jetzt haben wir hier wieder eine Bewegung, ging wieder abwärts. Jetzt haben wir offensichtlich hier eine Gegenbewegung und hier eine. Nächste Frage, ist die überschneidend oder ist sie nicht überschneidend? Weiß ich nicht. Dann macht ihr einfach eine horizontale Linie und dann hier vielleicht eine. Nee, die überschneiden sich nicht. Das heißt, wir haben hier eine Bewegung von hier nach da, die nicht korrektiv ist, weil diese Bewegung nicht überschneidend, also die Gegenbewegungen nicht überschneidend sind. Ich hatte euch vorhin mal so im Nebensatz gesagt, dass es sehr gerne fünfwellig ist, diese Bewegung. Ihr erinnert euch an die Zeichnung vorhin, spult Notfalls zurück. Also müsste eigentlich früher oder später das zu Ende sein und müsste mal eine Korrektur kommen. So eine Korrektur geht sehr, sehr gern. Das ist jetzt alles im Nachhinein, ist mir auch klar. Ah, die Zeichnung taucht nichts, wir haben ein neues hoch. Okay, machen wir neu. Zack. Ah, die Zeichnung taucht nichts, müssen wir neu machen. Aber es passiert ja nichts, es stört ja niemanden. Ich warte auf die Korrektur, die uns hier irgendwie reingeht. Die blaue Kiste spare ich mir jetzt. Ich mache mal jetzt so, dass ich nicht nochmal zeichnen muss hier. Zack. Höchster Punkt. Meine Erwartungshaltung ist, ich brauche es korrektiv irgendwo in diese Richtung hier rein. Idealerweise. Das heißt, dreiwellig oder irgendwie wackelig hier rein. Es darf ein bisschen drüber, es darf ein bisschen tiefer sein. In der Erwartungshaltung, dass sich das, was wir hier vorne haben, im Anschluss nochmal fortsetzt. Und das hat sich tatsächlich so ergeben und es ist sogar ein bisschen höher. Wer jetzt sich ein bisschen schon auskennt, sagt, naja, vielleicht wäre man hier schon reingegangen, da hätte man schon einen Fehl-Trade. Ja, das ist richtig. Also das wäre, das will ich jetzt nicht super vertiefen, aber wer schon ein bisschen länger das verfolgt, das ist nicht, dass dieses Verfahren, was ich euch ja zeige, nie zu einem Fehler führen kann oder zu einer Abweichung. Dass das immer zwingend zum Ziel führt. Die Wahrscheinlichkeiten sind besser und die Chance-Risiko-Verhältnisse sind besser. Ja, also das heißt, selbst wer hier jetzt genau hinguckt und ich hätte hier vielleicht schon einen Einstieg, das würde ich sogar akzeptieren, absolut. Gut, er hätte die Bedingung, da hätte man vielleicht hier schon einmal so einen Negativ-Trade, aber als nächstes dann diesen Positiv-Trade. Und ihr seht, das ist Traden, nämlich das Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Das Schöne ist, ich gestalte es so, dass wenn es nicht klappt, es nicht so schlimm ist, wie wenn es klappt, dass das besser ist. So, also so sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir hier sogar noch einen Bornbar. Mal gucken, wohin das Ganze führt jetzt hier. Aber auf jeden Fall die typische Erwartungshaltung eigentlich, dass es hier nochmal drüber geht, als überschießende Maßnahme. Der Dow Jones ist ein bisschen anders unterwegs. Der hat offensichtlich erst noch nur so diesen ersten Teil jetzt hier vor sich, also diesen A. Jetzt kommt vielleicht eine B, also korrektiv runter, und anschließend nochmal die C. Das heißt, er ist eventuell auf einem anderen Rhythmus, aber das haben wir ja schon mehrmals besprochen. Das heißt, für den Dow Jones würde ich mich nicht wundern, wenn es die nächsten Stunden mal abwärts ginge, danach nochmal ein paar Stunden hoch, und dann sind wir hier A, B, C, und das wäre mein Trigger für die Short-Seite. Und wenn ihr diesen Anstieg seht, zack, Pause, zack, Pause, zack. Mal so als grobe Idee, überschneidungsfrei. Wenn der wackelig hier runterkommt, gehe ich nochmal long zwischenhoch. Auf das Ding muss ich warten, aber das kann ich ja absitzen auf einer Pobacke, das wird er ja von alleine hinkriegen, das runterwackeln. Und wenn er das nicht so schön macht, dann bin ich mit dem Long gegebenenfalls bereit. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mit diesen Ideen was anfangen könnt. Ganz kurzer Blick vielleicht noch auf den DAX, bevor ich das vergesse. Der DAX immer noch relativ stark hier, der DAX Future, scharfe Abwärtsrichtung, irgendwie eher korrektiv nach oben. Also da würde ich auch sagen, dass wir früher oder später nochmal die Abwärtsseite fahren. Ein möglicher Trigger wäre hier unten, das ist noch ziemlich weit weg, bei circa 1500, das sind die Tiefs, die wir am 20. hatten, so in den Vormittagsstunden, Mittagsstunden, irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre jetzt so ein möglicher Ansatz für die Short-Seite für mich. Denn diese Aufwärtsseite ist entweder dreiwellig, dann ist es einigermaßen symmetrisch, oder sie ist so wellig, da hinten nicht so sehr, aber dann ist sie zumindest da vorne überschneidend. Und spätestens, wenn wir diese Tiefs durchstoßen, ist die Chance, dass es dann eben das, was wir hier vorne hatten, nochmal nach unten gibt, relativ groß. Das heißt, wir haben zumindest mal eine realistische Chance, dass wir irgendwo, sagen wir mal, in diesem Bereich landen und dann wird geguckt, ob es sogar noch tiefer geht oder nicht. Aber das sind alles im Moment abwärts Szenarien, die wir da zu befürchten haben, wenn der Kurs diese Marke bricht. Bleibt er oberhalb? Dann haben wir alle nichts gesagt. Bricht er durch? Dann haben wir alle eine neue Idee, die man dann in die Tat umsetzen kann. So, in diesem Sinne, euch alles Gute. Toi, toi, toi bei eurer Trading-Umsetzung. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.